Das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist aufzugeben. Wir haben nur eine Chance im Leben, das Leben zu leben, das wir leben wollen, das zu haben, was wir haben wollen. Lebe über deine Grenzen hinaus und werde deine beste Version. Hör auf, dir jeden Tag dieselbe Storys zu erzählen und fang an, an deinen Träumen zu arbeiten. Hör nicht auf die Gesellschaft, wenn du da kaum leben möchtest, hör auf dich. Das Beste, in das du Zeit investieren kannst, sind deine Träume. Wenn du gut bist, fordert es noch einen Schritt zu einzigartig. Was ist dein Traum? Was sind deine Ziele im Leben? Was möchtest du im Leben haben? Ich möchte, dass du jetzt dein Austreten beiseite legst und heute anfängst, an dein Träumen zu arbeiten. Was ist dein Traum? Was ist dein Traum?